Schon seit Jahren leben die Geissens in Saus und Braus. Doch offenbar können sie sich dieses Leben eigentlich gar nicht mehr leisten, heißt es jetzt. Robert und Carmen Geiss – Schlechte Zahlen Mehr Schein als sein? Seit über zehn Jahren lassen uns Robert, 59, und Carmen, 57, Geiss im TV an ihrem turbulenten Leben teilhaben. Egal. Ob Immobilienkauf, Weltreise oder XXL-Partys. Jeder soll ihren Wohlstand sehen. Zuletzt tönte der Selfmade-Millionär im OMR-Podcast, sogar. Die 100 Millionen Euro habe ich voll. Das ist die Rente, das ist die Basis, damit ich auch mit 70 Jahren noch ruhig leben kann. Jetzt kommen allerdings Zweifel am sorgsam geschaffenen Luxus-Märchen auf. Das Paar scheint schon länger über seine Verhältnissen zu leben. Laut Business Insider sollen gleich mehrere Firmen der Geissens in den Jahren 2019 und 2020 keinen Gewinn gemacht haben. Mehr noch Die Roberto Gazzini Holding AG in Luxemburg soll vor drei Jahren beispielsweise fast 87.000 Euro Verlust gemacht haben. Und das bei Rechnungen von mehr als 11 Millionen Euro. Demnach scheinen sich die Kleidungsstücke mit Totenkopf-Muster Co. Von Robert längst nicht mehr so gut zu verkaufen wie früher. Doch das ist nicht die einzige Firma der Familie, die so mies performt. Ähnlich sehe es beim Unternehmen Weerland Real Estate S.A. aus. Das Häufte 2019 berichten zufolge um die 237.000 Euro Schulden an. Trotzdem protzen der Unternehmer und seine Frau weiterhin mit ihrem Luxusleben. Doch wie passt das zusammen? Robert und Carmen Geiss? Dreiste Werbemasche? Offenbar steckt hinter der Wohlstandsfassade ein ausgeklügelter Plan. So soll die Yacht mit dem Namen Indigo Starr Robert gar nicht selbst gehören. Zwar werde er auf der Homepage seiner Modemarke als Besitzer des 38 Meter langen Boots bezeichnet. Doch das sei nach Informationen der Bild-Zeitung interpretierbar. Die will nämlich herausgefunden haben, dass die Luxus-Yacht eigentlich im Besitz der Ghost Shipping Company S.A. sei, die ihren Sitz im Steuerparadies Isle of Man habe. Wie hoch Robert Geiss, Anteile am Unternehmen sind, sei nicht klar. Doch Fakt ist, dass er dieses Boot nutzen darf, lohnt sich. Fans halten ihn dadurch für stinkreich und durch die Präsenz in der RTL 2 Serie. Die Geissens, eine schreckliche glamouröse Familie, gibt es einen cleveren Werbeeffekt für das Boot. Welches auch von Privatpersonen für rund 15.000 Euro pro Tag gechartert werden kann. Ähnlich sei es bei den anderen mutmaßlichen Besitztümern der Familie. Viele der Villen, Autos und Helikopter werden von den Geissens angeblich nur angemietet. Reisekosten sollen die TV-Stars abschreiben können. Stehen Robert und Carmen also in Wahrheit kurz vor der Pleite? Klar ist, diese Enthüllungen dürften im Hause Geiss sicherlich für eine Menge Knatsch sorgen. Die Familie ist schließlich einen gewissen Lebensstandard gewöhnt. Auch ihre Töchter Schnee, 18, und Davina, 19, kennen nichts anderes als ein Leben im Luxus, und werden dieses weiter einfordern. Untertitelung des ZDF, 2020